Guck mal da in der Doppelchasse in der ersten Wie gesagt, ich muss keine Angst haben zu sterben mit voller Eiseln ALTER VATTER Ich hab mal gesagt, er labert scheiße, aber er labert keine scheiße, er hat echt zu viel Scheiße Und dann auch willkommen zurück zu Part 8 von Project Hardlife Mit einer deftigen Creeper-Explosion Ich begrüße erstmal alle Zuschauer, die wieder eingeschaltet haben hier zu diesem abgehobenen Projekt Und es hat sich ein bisschen was geändert Wir haben noch einen weiteren Mitspieler von der Community, den Sakuri Der nicht gerade auf dem Teamspeak lungert, sondern einfach nur schon angefangen hat da hinten rum zu bauen Und Adi ist fleißig am Farmen und natürlich immer noch in der Partie dabei Yo moin 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 So, wir haben hier auch natürlich jetzt die Platten weg gemacht, damit hier nichts mehr sporent Wir hatten gerade einige Probleme noch mit dem Server Aber Aber Ja, das war's dann noch schon So, ich muss aber jetzt irgendwie Wieder an meinen An mein Zeug dran kommen Das heißt, wir gehen erstmal ins Haus Ich hab nämlich hier einmal alles abgelegt, nachdem ich hier harte Reparaturarbeiten gemacht habe Und ich krieg noch drei Dias von dir In der letzten Folge sind wir ja da abgestorben bei Ja Du kriegst die dann, wenn ich den, wenn ich den, äh, Ding brauch Was? Du kriegst die Dias dann, wenn ich den Clay brauch Ich hab dir den Clay fertig Ja, ja, aber ich brauch ihn jetzt noch nicht Ja Vielleicht entscheide ich mich hier rum, machst du anders Aus dem, ich würde erstmal noch ein bisschen fahren, wenn du das kriegst, du kriegst die Dias dann schon Keine Dicke Keine Dicke Boah, hier ganzen Samen brauchen wir alle nicht mehr Wir haben Kartoffeln gefunden, gerade noch In den acht Minuten, die ich gefailed habe von der Aufnahme Haben wir ein NPC-Dorf in der Wüste gefunden Und Kartoffeln gelootet Liebe Zuschauer, wir haben Kartoffeln gelootet, wir waren ganz böse Wir haben uns die aktiven Kartoffeln besorgt Wir sind heute sehr exklusiv hier auf dem Kanal So Und überall werden natürlich Kartoffeln geplantet Wohin euch das Auge reicht? Adi, ich hab schon gesehen, du hast hier auch Kartoffeln geklaut Diebischer Adi Drei Stück oder so Naja, ich hab's schon gesehen Hätte ich jetzt auch gesagt Diebischer Adi, hab ich schon gesagt Diebischer Adi, hab ich schon gesagt Wir müssen eigentlich das Wasser müssten wir hier mal umleiten Ey Scheiße, hier nicht mehr den Kack runter fließt Und damit haben wir ja da zum Umleiten Zwei Blöcke Muss reichen Boah Sieht schon mal sehr professionell aus hier mit unserer Umleitungswasserfunktion Moin Technischer Fortschritt Was war das denn nochmal? Nur mit Eisen irgendwas machst Verfolge Mit Eisen? Mhm Mit Eisen? Ich hab schon mal ein bisschen spitzer geboren Dann Naja, stimmt Ja, da haben wir noch einiges vor Da unten ist ja noch alles voll Gut Wir wollen natürlich am Ende des Projekts auch alle Erfolge so weit wie möglich ausgebaut haben Das ist Steht sich von alleine Und wir haben natürlich zu Adis Alter Kartoffeln sind so scheiße Die heilen ja gar nichts, ey Wir haben Kartoffeln gefunden Alter Kartoffeln sind ja so scheiße Ähm, wir haben zu Adis Freude neue Musik In der Playlist Oh Da freut er sich Kleine Die Weihnachtsmusik ging ihm kein bisschen auf den Sack Alter, ich werde angehittet Da Sag mal Oh, diese OP Zombies, ey Ah, Skelette Die an Aim-Bots Aber nicht mit mir Mit mir geht das hier nicht, das Schauspiel Das können sie mit jemand anders machen Und wir haben uns auch eine neue Tastatur bestellt Diese Tastengeräusche im Hintergrund auch aufhören Wobei, die sind eigentlich bei mir echt super super selten zu hören, oder? Ja Wenn ich ja, ne Ich bin hier Kartoffeln am Braten, wie sonst was Und ich wundere, warum ich so langsam Chatnachrichten eingebe Denn der liebe Lightning arbeitet hier gerade nur mit einer Hand An der Maus Und Hat die Sache nicht einfacher Ich bin noch ein bisschen doof Ich bin noch ein bisschen doof So 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 Oh So Okay. Du bist so still, Ali. Du bist absolut der stille Ali. Ja, ich bin mich grad mega am konzentrieren. Ja, Ali hat Angst zu sterben. Nee, nee, das nicht. Bad Guns sind gar nicht. So. Wow. Was macht denn hier oben ein Zombie, ey? Dann haben wir mit verzauberter Goldrüstung, ey. Bei ihm läuft richtig hart. So. Ja, hier können wir ja später echt so ne schöne Treppe hochbauen. Mhm. Na, nice Windeltreppe. Guck mal da in der Doppelchasse in der ersten. Wie gesagt, ich muss keine Angst mehr um zu sterben mit voller Eisen. Alter, Vater. Ich hab mal gesagt, er labert scheiße, aber er labert keine scheiße, er hat echt zu viel scheiße. Guck mal. So. Mit Full Iron, ja. Das stimmt schon. Mal Clean Stone, ey. Dann irgendwie wieder. Der Berg da oben, die... Er hat noch nicht ein Stück Kohle selbst gefahren. Du willst direkt wieder anfangen, ich dir mutz. Doch, ey. Halt's mal. Ich hab in der ersten Folge hab ich Kohle gefahren. Ja. Sogar 35 Stück, Alter. Aktiver Lügen, Adi. Wenn du wüsstest, was ich schon alles gefahren hab, Alter. Hier kann man auch eine Treppe... Ah, du hast hier einen Weg gemacht. Einen schönen. Mhm. Äh, Holz hast du gefahrent. Und vielleicht? Hm? Es wird im Glas voll Porno. Deine Türen sind irgendwie schief. Dein Arsch ist auch schief. Hm. Die leiten noch verzweifelter Suche. Nach? Adis versteckten Kisten. Ganz kalt. Was? Ganz, ganz kalt, wo du da bist. Die Kiste ist nicht hier oben auf dem Berg, keine Angst. Ja. 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 Hast du einen weiteren Home-Punkt verbraucht dafür, oder was? Ja, vollkommen korrekt. Ah, voll die Verschwendung, ey. Kannst du nur drei Stück setzen, ne? Ja, brauche nur zwei. Die Kiste und mein Home. Na ja. So. Soll uns ja auch egal sein. Wir wollen ja jetzt hier diesmal in dieser Session etwas erreichen und etwas produktiver werden. Das heißt, wir werden anfangen mit dem Bau des Hauses. Oh, hab dir das gemeint, Community Lightning will arbeiten. Oh ja. Wollen wir. Da ist ein einzelner Dirtblock einfach mal in der Luft. Abkommender Dirtblock. Äh, die Kartoffeln, ich nehme die mal mit hoch zu mir Braten und gebe dir dann was davon, ja? Oh, ich habe da unten Kartoffeln im Ofen. Die nehme ich zu mir Braten bei mir schnell und gebe sie dir dann. Ja, da kannst du ja was wegnehmen. Ist ja eh, da ist ja unten ein Gemeinschaftsfeld. So. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir uns jetzt auch dann auf. Hast du schon ein paar fertige Kartoffeln? Da müssen schon ein paar fertig gewesen sein. Dann kann ich nämlich schon mal los. Drei Stück hab ich, ja. Fertige? Ja. Die anderen paar hat die gehört. Drei Stück? Ja, ne, war noch nicht fertig. Ja, hat da unten der Chunk nicht gelangen, aber was? Und 23 war noch im Ofen. Okay. Weil du hast ja... Du hast ja... Warum hast du so viele Fackeln, Alter? Boah, was? Hey, woher weißt du das? Weil du deine Fackeln in deiner Inventarleiste hast. Hey, und das sieht man. Das kannst du ab und an manchmal sehen. Mal in den Aufnahmen drauf achten. Manchmal kannst du die Inventarleiste deiner Spieler sehen. Okay. Gib mir Kartoffeln. Ich geh schon mal los. So. Hast du dir die Kartoffeln rausgenommen? Aus dem Ofen, ja. Ey, das gibt's nicht. Was? Ja, die fünf Kartoffeln im Inventar, die sind weg. Wie, die sind weg? Äh, bestimmt ein Leck bei dir oder so. Nein. Ich schwör, du hast irgendwas, dass du Sachen aus dem Inventar klauen kannst. Ja, genau. Das war mit dem Schwert genauso, Alter, mit den Cobblestones. Mit welchen Cobblestones, Alter? Du hast versucht dabei, dir das schwer zu bauen. Ja, ich und ich immer wieder dahin gerannt bin, um den Cobblestone abzubauen. Nein. Guck in den Aufnahmen ohne Scheiß. Ja, hör auf, ey. So was ist doch zum Kotzen, Alter. Es gibt so was nicht. Ja, es gibt so was nicht. Ich kenn' das. Nein. Da kannst du mir nix erzählen. Ich kenn' so was. Ich hab' schon mal einige andere Servern gespielt. Das wäre, das wäre, das ist gar nicht möglich. Ich muss schauen, dass ich nicht lache, dass ich nicht lache. Ich kann er, ich bin ernst. Ich brauch' nicht lachen. Ist ja nicht witzig. Ist ja traurig. Ja, stimmt. Finde ich echt traurig. Dass du Sachen aus anderen Leuten Inventare klauen musst. Ja, was hab ich das? So. Ich seh' schon wieder. Da sagt er jetzt nix mehr dazu, ja? Ich seh' schon, ich seh' schon wieder die Dislike-Welle. Ja, bitte Community. Dislike auf diese eine Folge nur ohne Ende. Für jeden Dislike gibt's nur 5 Euro. Also schreibt mir eure Bankdaten hier, ich weiß nicht die 5 Euro. Ich hab' uns mal ein Sprungbrett gebaut, Adi. Guck mal. Adi, komm mal schnell, komm mal schnell. Ich hab' ein Sprungbrett für uns alle. Für die Berg-Community. Ja, alter Meisterdieb. Ich komm. Nenn dich jetzt immer, ich nenn mich jetzt einfach nur Stück Scheiße oder sowas. Haha. Ja, man hör auf, diesmal aus dem Inventage-Klein, das ist doch Bullshit. Boah, warum hast du so viele Fackeln? No, 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 no. Ich hab' hier ein, äh, Dings. Hm, äh. Nein! Du Stück Scheiße. Haha. Wo ist der Kurien? Der ist, äh, geküttet. Leitenden gehen farmen. Ja? Nein, nein Spaß. Meisterdieb war bei Sakuri. Haha. Geh's den leer. Haha. 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 Oh mein Gott, ey. Haha. Haha. Wenn ich könnte, alter, ich würde dir jetzt so alle Rechte nehmen, die du hast, alter. Haha. Und dann mal gucken, wie du dann weiterspielst. Du würdest, du würdest, du würdest, glaube ich, unkontrolliert nur noch heulen. Haha. Weil du nix halt kennekriegen würdest. Wenn du anderen Leuten nix aus dem Inventage klauen kannst, würdest du nicht treuen kannst, weil man nicht griefen kannst. Dann bist du nämlich in Minecraft nicht glücklich. Haha. Hallo? In Minecraft baut man Häuser. Das ist ein Block-Spiel. Ja. Genau. Und kein Spiel, wo man andere Leute beklaut. Hey, ich hab doch schon das Spawn-Haus gebaut. Und im Game-Mode. Das Dreiviertelste, was auf dem Server hier momentan erstellt ist, ja? Habe weder ich mit meiner eigenen Hand gebaut, oder hast du im Game-Mode erbaut? Na ja, das war ja nur Spawn-Haus und diese komische Mauer da. Und, ach, und der Fußboden. Ja, was hast du bis jetzt noch draufkette gekriegt? Hm, ich hab ein Feld da unten gemacht, ne Brücke hab ich gebaut. Oh! Oh shit! Oh shit! Habt ihr das gehört? Ha! Ne Brücke! Oh shit! Ich hab schon vier Stacks Eisen gefarmt, hat 24 Diamanten und er hat eine Brücke gebaut! Oh shit! Warum hast du 24 Dias? Ja, weil ich die gefarmt hab, ganz einfach. Er hat 24 Dias. Du hast nur meine Schaufel aus dem Invental geklaut. Hab ich's nicht. Hast du wohl. Ich hab dir gar nichts aus dem Invental geklaut. Lightning. Du hattest keine Schaufel. Guck wie er's weiß! Du Stück Scheiße! Du musst ein bisschen mit meiner Wortwahl aufpassen, ey. Hated ihn! Hated ihn! Bitte Community! Hated ihn! Für jedes Mal, wenn er heimlich irgendwie irgendwas abzieht, was einfach nicht regelkonform ist, was einfach nur Assi ist! Hated ihn dafür! Ich bin die letzten fünf Folgen schon erfahren! Aber hier! Ich hab ein Eisen gefarmt gerade! Ich hab ein Eisen gefarmt von einem Zombie! Aber der Grief und der Lightning macht ja nichts anderes! und eine brücke ich würde abgeschmissen mit einem magic ja klar hilf mir die bitte spring von dem sprungbrett aber kommt da ist eine hexe bei meiner geheimen ruhe bin ich die dumme kur mich verlangsamte da ist einfach mal hinter mir eine hexe gespawnt alter ja geil finde ich gar nicht geil ich hoffe die penetriert dich richtig tut sie jetzt ist sie dran hey das lied was da gerade im hundert von läuft ist das ein intro von dir nein doch nein das ist wirklich nicht mal interessant aber es war mal eine nein auch nicht das ist ksdb ich habe ksdbz nicht als intro song besoffen alter ich mag diesen abschnecht nicht ich habe ich schaue mir alle videos von dir einmal höher ich mache es ich habe das wirklich nicht ich habe keinen das möchte ich habe das in ein paar videos ist das lied im hintergrund zu hören ja das ist ja und der games kommen ich schaue jetzt direkt nach auf einem von meinen 12.000 bildschirmen habe ich irgendwo bestimmt google funk da